es war aus italien kam aerodynamik rein update entwickeln update entwickeln als ob es schon wieder regnet das kann nicht wahr sein nein nicht in die box fahren auf dem chat geguckt deswegen nein ach das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht drehen und da überholt mich direkt hamilton immer weil es dann teamkollege aber trotzdem die bremse hat alle und die erste verwarnung nein nicht drehen soll sich nicht drehen nicht drehen bitte nein nicht ausbrechen wobei wenn er sagt mache ich der hamilton der nähert sich jetzt langsam vermacht ich vom ak die fahren alle in die box jetzt auch platz fünf platz drei gut platz drei platz zwei platz eins ja moin hallo 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 ha nee 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 moment 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 überhol dich halt jetzt kann ich ja nicht weil wenn ich überhole was ist denn mit dir los was ist das denn die überhol mich ich werde zum geist den kopf mit dem habe ich jetzt mal die schnauze voll hei was für dritter jetzt weiter mit singapur nico hültenberg ist die schnellste runde gefahren ok gucken ob wir das fixen können bitte 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 ja einmal aufleveln dann ist er natürlich das war jetzt begonnen das war genau so denn ich muss gleich die strecken überschreiten es geht hier langsam ein bisschen erger oh boah das ist ein safety car mein gott boah das ist ein safety car das macht mich irre ja endlich ja endlich ich kann nicht in dieser hole rein erst wenn das Rennen weitergeht nun wirst du wieder das Termin der Zika kommt jetzt rein deswegen fall ich jetzt mal ganz fes und ganz langsam grüne Berge Wir haben acht Live-Zuschauer. Wir haben jetzt einen schlechten Abtrieb, weil jetzt durch den Flügelschaden... Du kannst die beiden überholen, du musst dann den... Nein, die fahren so langsam, das Problem. Ich habe keinen Bock auf den Flügelschaden. Komm, lass mich vorbei, Räikkönen. Nein, keine. Ja, habe ich nur noch Hülkenberg vor mir. Der Hülkenberg, der bremst mich hier aus langsam. Du musst einfach rechts oder links vorbei jetzt. Versuch es mal innen rein zu sehen, obwohl... Jetzt habe ich den gerannt, sch**te. Aber ich habe jetzt mal den Schwierigkeitsgrad von leicht mal auf schwer hochgetan. Weil es ist langweilig, noch nicht alles zu gewinnen. Nein, nein, nein. Sch**te. Wenn man mal sieht, Leute. Hamilton kommt mir langsam näher. Ihr Scheiße. Ja, das liegt ultra am Flügel. Nein. Er ist zur Box. Wie viel, das sind wir? Dritter? Nein. Bitte, sie sich Hamilton in die Box. Sie fahren bitte, bitte, bitte. Den Reifen kann ich doch nie im Leben durchfahren. Das wird doch nie im Leben was. Nein, 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 nein. Du hast aufgeholt, du hast nein. Nein, 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 das wird nichts. Wenn dann innen. Später Bremse. Das war keine gute Idee. Das wird doch nie im Leben was. Jetzt können sie an die Box zu fahren. Vierter. Kommt Podiumplatz. Ich hab Masa, ja. Ja, Mann, ich hab Masa. Podiumplatz, Leute. Zwar nicht die erste, Leute, aber immerhin Podiumplatz. Oh, man reißt hier, Leute. Und bald wird dann auch Formel 1 mit dem Lenker gezogen. Und wir schaffen gerade noch so nicht. Okay, Leute, ich lasse jetzt mal so laufen. Man muss sich immer erst auf einem Podium fallen. Ich kann nochmals von da aus. Okay, dritte Position muss ich noch mal starten. Ich bin angerufen. Habt ihr das Lenkrad schon bestellt? Nein. Schreibtisch, wo ist es? Ja. Sie muss aufpassen, dass die Platte nicht zu dick ist, weil sonst passt das Lenkrad nicht mehr hin. Ich glaube, wir nehmen noch mal 29.000. Das heißt, es geht uns noch schnell zu 27.000. Gehen wir noch mal ein bisschen Benzin mit. Das heißt, es geht noch mal ein bisschen. Das heißt, es geht noch mal ein bisschen. Ey, warst du nicht fritter? Stimmt, ja. Vielleicht hast du den Start wieder aufgeholt. Kann sein. Cooler Bug. Ja, deutlich schneller, Leute. Wir sind deutlich, deutlich schneller. Vielleicht schaffen wir es, Janis. Zeig, jetzt sieht es, dass es anfängt zu regnen. Das ist wahrscheinlich... Nein! Es ist auf Platz 16 zurückgefallen. Es ist der nächste und es fängt an zu regnen. Ich glaube es nicht. Boxenstopp. Wenn du bei Hermann wieder am Stahl. Juhu! Das geht so tröpfen und der Vorteil ist, dass du mal früh auf Regenreifen wechseln. Ach, mein kleines Vortrag. Ich meine, ich bin jetzt letzt. Was ist los? Warum rutsche ich hier so doll? Ich glaube, ich starte das Rennen neu. Bei Smilies gibt es... Ey! Ey, was ist denn? Alter! Der Rettblende, Alter. Wutte! Das war sch*** von mir. So geht es, nein, nicht drehen. Wieder. Neue Nachricht. Heftige Fett, diese Runde rein. Prima, vielleicht manchmal, aber beantwortet die Frage nicht. Ey! Hallo! Hallo! Was du schalt, schließe nicht vor. Alles... Lass alle was anderes schauen. Ich glaube, das... Hat er jetzt... Nein, nein, Alter, das... Immer hier. Das reicht jetzt, Leute, im Chat. Es wird... Also... Mich auch noch zu dem in die Box. Nein, nicht... Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen! Ja, jetzt um. Jetzt kommen wieder welche in die Box. Das ist immer gut. Ich glaube, wir können jetzt echt in die Top Ten schaffen. Leute, wir kämpfen uns gut, gerade noch gut nach vorne. Passt. Ja! Alter, du bist... Bitter! Du bist fast auf dem Podium. Ich hab' ihn innen gepackt. Ich hab' kein Benzin mehr, nein! 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 Ich bin noch vor Vettel. Ich bin noch vor Vettel rein. Ich hab' ihm gesagt, du sollst auf Maga! Japan, ich lass's mir. Japan. Das ist ein Livestream hier mit Lenkrad. Und Schlehrer ist das, glaube ich. So... Das ist echt. So, ähm... Sofort erkannt, Leute. Jetzt sind wir in Formel 1 unterwegs. Und... Jawoll! Hab' ich grad' ein Glück gehabt. Hamilton ist übel nah dran an mir. So, und bitte, 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 wege es jetzt nicht. Ist doch jetzt ein Scherz, oder? Hey, sag mal! Wenn du gehst. Er regelt. Er holt drauf! Es darf doch jetzt nicht wahr sein. Er jacht man im Regen. Kannst du doch nicht fahren. Alter, rutscht man hier in der Kurve, aber wir kommen dem Feld vor uns ein bisschen näher. Teil meiner Box, hier sind wir 14. und haben jetzt Felipe Massa vor uns. Jawoll, das schaffen wir jetzt noch in die Top 10 wenigstens. Jawoll, ich habe ein bisschen später gebremst, aber Top 10 Leute. Ist noch ein Heckspoiler hinten kaputt? Die Reifen schauen überhaupt nicht mehr gut, das ist gar nicht gut. Sagen wir mal so, es ist nicht das Top-Ergebnis Leute, aber wie gesagt, ich hatte einen Dreh, ich muss mir die Wiederholung nochmal anschauen. Wer war das, wer war das? Ja, Hamilton kommt mir auf jeden Fall immer näher. Ich war trotzdem nur schauend, dass wir das nächste Rennen besser abschneiden. Und zwar scheicht der Dreher und Jaap an den Wegen Leute, Jaap die Rivalität verloren. Riemen. Wir haben jetzt noch USA. Just 05. Was geht ab? Wir qualifieren in 2. Das Mikrofon hört. Nein. Ich mach ganz schnell mal das Feedback aus. Ja, Platz 3. Ja gut, Platz 3. Tut mir leid. Auf Platz 5. 4. Oder... Ne, warte was. Wendet das Rennen in 4. oder Höhe. Platz 2 oder höher. Ich nehme hier mal, vorsichtshalber mal 31 Runden mit 10 mit rein. Da muss man meine Settings ein bisschen umstellen. Ey, nicht von hinten rammt. Ich hab so wenig Gefühl beim Fahren. Ich werd hier gerammt wie sonst was. Ferrari, geh weg. Jetzt dreh, Junge, dreh dich jetzt. Ne, was soll denn? Jawoll. Verstappen ist auch einer meiner Formel 1. Ja, das war jetzt fies von mir reingezogen. So, ich hab jetzt mal ein bisschen später gebremst. Und ich merke, Leute, ich hab zwar DAS, aber ich komm an Himmels nicht nah genug dran. Also wenn ich jetzt kein DAS bekomm, dann weiß ich auch nicht, wenn ich jetzt nicht nah genug dran bin. Danke schön, Hamilton. Ich hoffe, Leute, weil ich sehe hier gerade, dass sich das Wetter bewirke. Ich hoffe nicht, dass es anfängt zu regnen. Und wenn ich glaube, wenn ich hier so weiterschalte, dann habe ich hier irgendwann einen Motorschaden. Bricht doch nicht die ganze Zeit aus, ey. Ja, genau. Er hat's gesagt, wir erwarten bald Regen. Ich hab irgendwie das Gefühl, die ersten Tropfen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt viel Sinn macht, auf Intermediums jetzt gleich zu wechseln. Aber ich rutsche extrem noch. Der Tönen ist in der Box, Leute. Es ist unsere Chance. Also Leute, ohne Spaß. Ich glaube langsam, dass das ein guter Zeitpunkt ist, um auf die Wasserreisen, sag ich jetzt mal, zu wechseln. Reiken Fett, Scheiße. Boxen Stopp. Mach ich Jeff. Und Front Free Schaden habe ich hier repariert. Okay, hab ich auch drin, ne? Ach, Front Free Schaden ist da heute auch noch ein bisschen. Schweigessen. Leute, ich ziehe an euch vorbei. Sobald Safety vorbei ist, bin ich mit... Ich bin noch hinter Verstappen. Reinen fortsetzen. Tja, Verstappen, ich hab's dir gesagt, ich bin, glaube ich, erhol dich. Ich darf ja überholen. Also, Vettel, tschüss. Hamilton, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, ich ziehe hier auch mal in den Rhein. So, Raikönen, was war mit dir so schönes? So jetzt, wo ich dir hinten im Nacken drin hänge. Lass mich vorbei, hat der es aber nicht. Dankeschön. Was für ultraweiche Reifen. Ich... Haut auf den Like-Button. Mein... Trotzdem, wenn welche... Das sieht bis... Das sieht bis... Mein Wagen bricht halt die ganze Zeit aus. Schau mal, wie ich rutsche. Ich brauche Volles Force Feedback. Ja, so... Oder wann ist da... Jawohl, Digga. Jawohl. Mexiko. Durams, Durams. Stellst mich jetzt nicht hier auf der Strecke, mein Freund. Über eineinhalb Stunden live. Deswegen... Habe ich bis hierhin das Gefühl, dass es ein bisschen zu lange dauert. Ich fahre trotzdem noch. Wobei... Nee, ich fahre lieber keine Runde. Wegen der fetten Mischung. Aber wir haben zwei Runden Überschuss. Trotzdem. So ein Hamilton haben wir hier direkt schon mal geholt. Auf jeden Fall. Wobei, wobei, wobei. Nee. Vettel. Vettel? Es hat doch gerade erst angefangen, dass... Was ist los bei euch? Also ihr seht, Leute. Ich bin noch hinter Vettel. Knapp aber nur. Aber ich bin noch hinter ihr. Bremst du nicht so ab? So. Tschüss Vettel. Oder doch nicht tschüss. Äh, 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 nein. Nicht drehen, nicht drehen. David Rostock. Hallöchen. Was geht? Ich habe Probleme, weil der... 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 Der Spuck, der war... Ich glaube der hat ABS aus. Weil die Reifen so... Okay. Jawohl. Oh, mein Wagen, er bricht die ganze Zeit aus, Leute. Ne? Der... Er... Er... Er hat Vettel, ja. Er bricht doch nicht die ganze... Nee, zweiter Reifen, aber... J***. Ich will nicht die ganze zurückspulen. Mein Wagen bricht die ganze Zeit aus. man kann nichts machen experte passieren können auf jeden fall auch ein spaß wird selina was geht ab und lassen du hast viel mehr aufmerksamkeit verdient dankeschön freut mich zu hören dass ich aufmerksamkeit verdient habe 5 da ist aber nicht gut ins ziel gekommen und so geht doch nein als ob auf platz 2 oder höher emma ich will weltmeister werde ich gebe jetzt alles dafür auf dem weg zum weltmeister hoffe ich zumindest ich hoffe nicht dass wir wie letztes rennenden geht ja schon gut los alter leute ich zweifle gerade bisschen am motor dass wir das schaffen timothy was geht ab willkommen warum bist du warum bist du neunter ja weil ich da hatte deswegen ja wobei meine reifen zwar nicht mehr die neues boxen stop nein nein ich habe doch angekündigt aber er ist raus macht hin was los bei dir was soll los mich hat eigentlich vor weltmeister zu werden aber erst habe ich so ein start und jetzt machen die macht mir der motor und nicht durch die rechnung oder was der hamilton überrundet mich ja fast ich glaube mit dem weltmeister ziel können wir es vergessen weil ich glaube das war der start den ich halt so vermasselt habe fast 20 sekunden abstand wie solchen geschaffen das schaffe ich in drei runden doch niemals egal leute siebter platz mehr ist heute nicht drin gewesen und wegen dem blöden start den wir hatten wenn wir zweiter wenn wir weltmeister gewesen jetzt müssen in abu dhabi gewinnen also leute definitiv müssen wir erster werden weil sonst ist er vor uns dass wir da also der schlecht man lag auch unter anderem am motor war ja knapp ok ich mache noch mal eine runde nein das ist doch nicht mein ernst ja mindestens eine fahr ich noch erzählen glaube ich gleich eine sekunde schneller nein das kann doch jetzt nicht sein es sind nur platz drei wahrscheinlich wahrscheinlich ja wahrscheinlich also gehört ich muss mir ins zeug legen weltmeister titel let's go ich kann jetzt hier wieder den start zu rein jetzt 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 wackeln ich bin jung gerettet 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 es reicht nicht in der sechsten rein ich weiß nicht seit wann ein auto auf einmal so schnell ist hier ist wie ein boxen stop ich bin so weich wie ein bett nein voll viele fahren jetzt schon rein soft du bist immer noch zweiter du bist immer noch zweiter du bist immer noch zweiter hamilton muss rein leute hamilton muss rein bei mir ja er ist in der box er ist in der box eingefahren ja man du bist erster du bist erster ich bin erster sowas von und jetzt in der kurve ja guck mal da ist er ja auch jetzt nicht mehr erster ja jawoll ja man keine fehler mehr machen nein rückblende rückblende mein frontflügel ist kaputt leute letzte runde last round keine fehler die beiden kleben jetzt zwar hinten drin nein benzin ja du schaffst benzin lass mich nicht im stich karierte flagge karierte flagge karierte flagge ja ja man ja oh my god guck mal hier erstmal die schönen die reifen schrotten ja man der driftet sich aber gut ab abonnieren und liken nicht vergessen auf jeden fall leute machs gut bis zum nächsten mal und tschau